So ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu unserer Eisfestung, die sich jetzt langsam in eine Höhlenfestung verwandelt, weil wir endlich hier eine Höhle gefunden haben. Und jetzt machen wir hier erstmal die Sachen hier zu, damit wir hier anbauen können. Und die tun wir hier gleich mal designieren, dass wir die fällen wollen, die großen Pilze. Dazu brauchen wir dann aber erst eine Axt. So Ding passt das hier gar nicht. Ich muss hier rumstehen. Aber das ist mir erstmal so sicherer. Ich will jetzt auch nicht gerne nach oben gehen. Ich warte jetzt, bis wir hier die Sachen haben. Und dann würde mich echt interessieren, kann ich denn, ich kann hier keine Wall bauen. Das geht nicht. Non-Economic Item. Ja, da kommen wir nicht hin. Noch ein Mädchen. Sehr schön. Und wenn wir hier jetzt auch schon vulkanische Aktivitäten haben, das wäre vielleicht nicht schlecht, dann können wir theoretisch... Wo gehst du denn jetzt hin? Du Vollhonk. Wo gehst du hin? Collect Webs. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Ein Magmapool. Ja, wo denn? Das haben wir schon mal gesagt. Wo rennt der denn hin? Der kommt ja gar nicht mehr zurück. Also dann, wenn du jetzt stirbst, bist du gerade selber schuld. Hier. Ja, no job. Und jetzt kommst du hier nämlich nicht mehr durch. Okay, dann müssen wir hier nochmal aufmachen. Machen wir kurz mal das hier auf, bitte. Und bauen dann gleich wieder eine Mauer hin, damit der Dugel da rauskommt. Also wo auch immer ich jetzt ein Mag... Ach, hier unten, guck mal. Hier unten ist ein Magmapool. Oh, das ist sehr gut. Das heißt, wir sind nicht mehr von Kohle abhängig. Das heißt, wir sind nicht mehr von Kohle abhängig. Okay. Also wir müssen uns jetzt wirklich um die Pflanzen kümmern. Und wenn die Pflanzen stehen... Dann können wir hier wirklich uns um Magma Smelter kümmern. Und dann ist eigentlich... Guck mal, hier ist jetzt so ein komischer Creepy Crawler. Ich will den nicht. Mach den mal tot. Habe ich das jetzt confirmed? Nee. Wollen wir mal Chancel nochmal. Kann ich den nicht töten? Creepy Crawler. Was kannst du? Die kann ich nicht mal anklicken. Ist einfach nur ein Creepy Crawler. Kommst du jetzt mal da raus? Er schläft. Das ist doch nicht wahr. Okay, pass auf. Dann machen wir es anders. Dann bauen wir halt hier irgendwie anders die Dings hin. Dann haben wir das hier nämlich auch noch mit drin. Hier bitte. Hier bitte. Und das können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Dann nehmen wir das hier noch bitte mit. Mann, 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 Mann. Creepy Crawler. Was ist das hier? Young Bloodthorn. Weiß ich nicht. Die wollen Wasser haben. Ja gut. Okay. Der hat jetzt hier Webs. Dead Query Bushes. Young Tunnel Tube. Die kann ich aber nicht abbauen. Die kann ich aber nicht abbauen. Oder die Sachen? Tatsächlich nicht. Die auch nicht. Aber wir können das hier designieren. Auf jeden Fall zum Fällen noch. Und ich glaube aber, das geht hier gut. Die holen jetzt hier die Sachen. Und gut. Ach, hier ist auch noch Magma. Ein Magma Pool. Oh, der ist ja noch praktischer fast. Okay, wir gehen jetzt hoch. Ich gucke jetzt nochmal hier durch. Hier ist eigentlich abgesichert. Hier müsste auch dann sicher sein. Und hier oben ist zu. Sehr schön. Gut. Jetzt müsste doch langsam schon das weg sein. Jetzt müsste doch das Eisen schon geschmolzen sein. Ja genau. Das heißt, wir brauchen Instrument Pieces Otter Objects. Ist das hier? Was brauchen wir denn da? Wir brauchen eine Axt. Aber was für eine? Eine Battle Axe ist es ja nicht. Ein Warhammer auch nicht. Das hier auch nicht. Das ist eigentlich ein Tool. Es ist eigentlich... Das ist es auch nicht. Furniture Siege Equipment. Nein. Ich hätte gerne eine normale Axt. Hier gibt es allen Mist. Was für eine Axt braucht denn? Der braucht ja keine Battle Axe. Glaub ich. Oder? Jetzt machen wir mal einen Woodcutter einfach. Und gucken mal, was passiert. Kommt du hier... Bist ja auch nur der Goldschmied. Bambel. Wir gucken mal dem Bambel hinterher. Was der jetzt macht. Der hat No Job. Muss ich die irgendwo anders machen? Diese Axt? Aber hier doch nicht. Ich gucke am besten mal hier. Also wir brauchen ja eine Axt. Also es gibt hier nur Battle Axe. Metal Axe Blade. Okay. Axe Blade. Axe Blade. Battle Axe. Trainings Axt. Glas Axt. Okay. Es gibt hier gar keine normalen Axte. Braucht er vielleicht einfach auch eine Battle Axe? Es gibt hier jetzt keine Woodcutting oder so, oder? Woodcutting. Nö. Es muss irgendeine Axt sein. Soll ich einfach nur eine Battle Axe machen? Weil ich wüsste nicht, was es sonst ist. Benutzt er eine Battle Axe, um Bäume zu fällen? Iron Battle Axe, Metal Battle Axe, Battle Battle Axe. Sind alles nur Battle Axe oder halt so Blades. Das ist aber nur für Fallen. Komm, wir probieren es halt. Wir machen eine. Halt. Doch. War richtig. Nee. Wo sind meine hier? Du machst jetzt halt einfach noch eine... Battle Axe. Ich weiß nicht, was es sonst sein soll. Das hier ist es nirgends. Oh, Hammer ist es auch nicht. Du machst das hier und wir gucken dann, ob er dann die Sachen hier fällt. Das geht ja nicht lange. Oh, bis wir da unten sind. Junge, Junge. Welches Level sind wir denn da? Tatsächlich 99, okay. So, sind jetzt hier alle draußen. Steht keiner mehr hier rum. So, wir sind, glaube ich, hier zu. Das ist schön. Und wir haben hier Anderlichen. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Was ist Anderlichen für ein Boden? Also, vor allem, darauf wachsen ja meine Sachen. Anderlichen. Unterlichen. Unterlichen. Aha. Hätte ich jetzt auch mir auch denken können, aber... Dichter Unterboden. Irgendwie sowas. Na gut. So, wir können hier das hier wegmachen. Das hier alles weg. Hier sind auf jeden Fall gute Sachen drin. Das hier, das hier, das hier. Hier hinten gibt es noch Plump Helmets. Hier auch. So. Spannend, ob der jetzt das macht hier. Oder nicht. Na ja, ihr holt euch hier auf jeden Fall Sachen. Hier gibt es Gold und so weiter. Aber wir können auf jeden Fall auch schon mal anfangen. Hier Farming, Farmplot. Ich meine, wir brauchen ja einen großen im Grunde für... Die Plump Helmets. Können wir hier ruhig auf jeden Fall groß machen. Geht nicht. Disconnect. Achso, weil hier das Teil ist. Okay, okay, okay. Machen wir das nur bis hier. So. Haben wir den Farmer? Farmer und Metzger. Haben wir vier Stück. Da ist zwar alles mit dabei, aber hey. Was soll's? Oh, und einer ist... Einer ist erwachsen geworden. Wir hatten doch vorhin nur 21, oder nicht? Oder doch? Nur unsere Kämpfer haben nichts zu tun. Okay. Dann hatte ich den voll vorher schon. Naja. Ich wüsste jetzt trotzdem gerne, ob unser Forge Iron Battle Axe... Okay, der ist noch nicht fertig. Und die Frage ist jetzt... Wächst das hier nach? Das wäre natürlich super. Wir haben hier sogar Sand. Können wir vielleicht sogar ein Glas... Glas für Nays machen? Na ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob man hier wirklich Sand gatern kann. Aus diesem einen Ding. Ah, guck. Battle Axe ist fertig. Jetzt wird hier Bäume gefällt. Ja, perfekt. Giant Ulm, Giant Mole is fighting. Okay, die fighten aber nicht mit mir, sondern mit sie selber. Das finde ich gut. Ich hoffe, die kommen nicht hier irgendwo hin. Auf jeden Fall haut das Viech ab. Und hier sind wir eigentlich safe. Oder hier kommt eigentlich nichts... Dürfte eigentlich nichts... Bei uns hinkommen. 85. Wo sind wir denn? Na ja, schon wieder. Ne, hier dürfte eigentlich nichts... Aus dieser... Aus dieser Höhle zu uns rankommen. Hier bin ich nicht sicher. Die ist okay. Ah, hier ist der Magmasee. Der große, große Magmasee. Der ist also hier. Ah, das ist sehr gut. Wir müssen eins... Ne, hier müssen wir eigentlich hin. Und von oben drüber... Mal schauen, ob wir da irgendwie hinkommen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier drum. So. Bitte hier immer Plump Helmets. Und zwar nicht zu wenig. So. Und das müssen wir noch kurz hier umändern. Kitchen. Hier, das habe ich schon. Haben wir noch keine Plump Helmets. Zumindest keine da. Um... Das zu machen. Und wir haben... Goblin Cap Locks. Sehr... Schön. So. Das heißt, wir machen hier nebendran, wenn der das hier gefällt hat, auf jeden Fall auch noch ein zweites Feld. Genau. Holt mal die ganzen Locks hier. Das ist okay. Black Cap Locks. Somebody is fighting. Interessiert mich nicht. Farming. Farm Plot. So. Mal gucken. Ist das so... Okay. Geht das? Ja, das geht. So. Und hier sind Farmer. So. Der wird noch gemacht. Und da kommt dann das andere hin. Und das ist hier wirklich... Das ist jetzt wirklich knapp. Wir hätten es nicht mehr lange ausgehalten. Ne? Wir wären nicht mehr lange am Leben. Ähm... Mit dem Essen. Guck mal, wie viele jetzt die Anpflanzen kommen. Das machen die jetzt alle. Aha. Forward Loamy Sand. Ist das jetzt? Okay. Na gut, wenn du es sagst. So. Und wir sind hier schon echt gut auf einer Ebene. Wir müssen nur eine Ebene hoch. Und können von hier... Gucken, ob wir hier drankommen. Beziehungsweise... Wir müssen dann von oben das cutten. Und hier machen wir ein... Machen wir unsere... Hier unsere Schmieden hin. Ähm... Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. So. Wir müssen nur schauen, dass wir... Dass die Plump Helmets, wenn die mal da sind, nicht gleich hier verbraten werden. Wir haben auch Cave Weed. Das heißt, wir könnten theoretisch noch mehr anbauen. Von dem Cave Weed. Könnten hier hinten theoretisch überall Cave Weed machen. Farming... Farming... Farm Plot. So, pass mal auf hier. Ne, das ist unterbrochen. Aber das geht. Und... Das geht. Das geht. Das wird alles Cave Weed hier. So. So viele wieder gerade anpflanzen. Ist das super. So, die Betten sind auch fertig. Boah, was wir alles hier bekommen haben. Ja, wir müssen uns jetzt hier drum kümmern. Ganz klar. So, wir haben keine Seeds mehr. Ist aber in Ordnung. Hier ist einiges schon... Angepflanzt. Hier sind sie auch dran. Hier sollen das Cave Weed hin. Warum geht das nicht? Achso, doch. Das geht. Okay, pass mal auf. Dann machst du hier das. Im Sommer Cave Weed. Im Herbst Cave Weed. Hier wieder Plump Helmets. Dann machen wir hier die Dimple Cups. Sommer Cave Weed. Da Cave Weed. Winter Dimple Cups. Und hier genau dasselbe. Das gibt hier schön Essen. Cave Weed. Cave Weed. Dimple Cups. Das hier hat noch keine gebaut. Sind sie aber dran, hoffe ich. Oh, es hat mich jetzt ein bisschen erleichtert hier. Dass wir das so bauen können. Weil wir sonst wirklich ein Problem gehabt hätten mit dem Essen. Das wäre gar nicht gegangen. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir hier, sobald da was wächst, gewachsen ist. Dass wir das verbieten für das Kochen. Vor allem die Plump Helmets. So. Also wir wollen hier hin. Das heißt, ich baue jetzt mal hier lang. Ich hoffe, dass hier nicht noch mehr Caves sind. Sondern, dass wir hier durchkommen. Unsere Miner bauen jetzt hier mit an. Ist in Ordnung. Dann macht ihr das. Die sehen auch, dass wir es dringend brauchen. Dass wir dringend Getränke brauchen. Schneesturm ist gekommen. Warum habt ihr das suspended? Mach weiter. Ich weiß nicht, wieso. Weil das soll ja unsere Hauptnahrungsquelle werden. Das ist die Hauptgetränkequelle. Hauptnahrungsquelle. Das geht auch. Hoffe ich. So. Und Dimple Cups. Dimple Cups. Dimple Cups. Und Dimple Cups. Wir wollen gucken, ob wir dann vielleicht irgendwann auch noch was anderes kriegen. So. Das sieht schon mal gut aus hier. Weil dann würde ich hier tatsächlich die Brauereien hin machen. Und auch noch eine Küche. Und, 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 und. Dass wir hier unten auch noch Essen haben. So. Pass mal auf. Vier. Drei. So. Ne. Wir lassen hier oben offen. Machen das so. Das heißt, hier steht was. Hier steht was. Und hier auch noch. Soweit mal. Und dann werden wir hier hinten hinbauen. Und haben auf jeden Fall keine Probleme mehr mit Kohle oder sowas. Dass wir die auch noch suchen müssen. Wir brauchen hier unten auch noch einen großen Bereich, wo wir lagern können. Essen lagern, Seeds lagern. Das sehe ich schon so. Wir müssen uns nachher jetzt auch mal dann hier wieder um oben kümmern. Aber hier auf fast minus 100, da geht was. Da geht was. So. Und ich würde sogar sagen, ihr müsst gar nicht mehr stationär sein. Wie gut seid ihr denn eigentlich schon geskillt? Na ja, nicht so wahnsinnig. Es geht. Es geht. Gut, pass mal auf. Keine Station mehr. Chancel in order. Ihr könnt wieder weiter trainieren gehen. Erstmal nicht so schlimm. Hier unten scheint es relativ ruhig zu sein. Falls sich da was ändert, würde ich euch natürlich wieder herunterschicken. Ihr Lieben. Aber erst mal nicht. So. Ich glaube, wenn man jetzt hier durchgehen würde, dann könnte man jetzt hier noch eine zweite Mauer oben draufsetzen. Ich weiß aber gar nicht, ob das so Sinn macht. Ja, da hast du mit aufgehört. Das ist ganz klar. Das braucht ihr jetzt auch tatsächlich nicht mehr machen. Das hier brauchen wir nicht mehr. Das hier brauchen wir nicht mehr. Weil wir uns jetzt hier unten auf die Magma-Sachen konzentrieren. Ach, guck mal hier. Da sind doch welche. Da sind sie schon. Da wachsen sie schon. So. Und die nehmen wir nicht zum Gucken. Sondern nur zum Brauen. Und die anderen Dinger. Ich meine, dein Studi ist irgendwie gerade seltsam. Die anderen Dinger, wenn die gewachsen sind, die nehmen wir dann zum Kochen. Aber das hier wird alles schön zu Alkohol. Wie sich das gehört. Für die Pump-Helmets. Pump-Helmets. Damit wir wieder Seeds bekommen. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall ein großes Lager dafür. Jetzt warten wir erstmal. Die sollen das erstmal ausbauen. Wir brauchen auf jeden Fall hier, haben wir gesagt, eine Still und hier eine Still. Oder wollte ich die hier in die Mitte machen? Ne, das geht ja nicht. Wollt sie hier hin machen, ne? Hier eine und hier eine. Ich weiß gar nicht, ob ich vier mache. Vier Stück. Und dann nochmal die Größe. Also einen freilassen. Und nochmal drei, drei, eins. So. Hier müssen wir rüber bauen. Das ist klar. Das heißt, wir können hier noch ein großes Stockpile machen. Wo wir die Sachen lagern. Könnt ihr auch hier durch. So. Das wächst hier gut. Das wächst hier nicht gut. Da gibt es ja gerade nichts. Aber die Dippel. Diese Dippel-Cups. Die sind schon weg, oder was? Irgendjemand hat da schon Essen draus gemacht, habe ich das Gefühl. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das nächste Mal wieder Seeds kaufen. Zumindest nicht, also so viele Seeds wie geht. Aber nicht für die keine Plump Helmets, sondern es reichen uns tatsächlich andere Sachen. Essen läuft. Jetzt würde mich mal interessieren. Oben, warte mal. Wir können, glaube ich, so hoch gehen. Haha. Hier ist alles voll damit. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Fässer. Und da haben wir ja jetzt sehr genug. Ne, warte mal. Mach mal 10. Mach mal 10 Fässer. Barrel. Wooden Barrel. Und hier. Ne, das ist schon richtig so. Der Farmer. Der muss das machen. Prozess Plans. Was macht der dann, wenn der das macht? Gar nichts. Needs Unrottened Prozess Able Plans. Okay, das darf er nicht. Das haben wir ihm verboten. Oh, wenn wir gerade hier oben sind. Pass mal auf, machen wir gerade hier die Betten noch. Die haben wir ja. Und ich glaube, wir haben auch Türen. Haben wir tatsächlich nicht. Das soll aber nicht das Problem sein. Make Lock Door. Auch mal 10 Stück. So. Ich glaube, jetzt sind wir hier aus dem Gröbsten raus. Hier ist jetzt alles voll. Das heißt, ich würde auch gerne noch einen Untergrund Stockpile machen, weil das hier will ich eigentlich nicht so haben. Das können wir eigentlich hier ins Eis machen. Was machen wir hier hin? Pass auf. So. Ab ins Eis damit. Dann kriegen wir auch wieder Eis. Das machen wir aber nicht auf 1. Das machen wir hier auf 4. Ich will das hier erst da unten fertig machen. So. Jetzt kommen wir aber nicht so schnell runter. Cool wäre, wenn man das hier eingeben könnte. Ich würde gerne auf minus 100. So muss man halt hier runterscrollen bis zum Gehtnichtmehr. So. Da sind wir. Hier wollen wir hin. Genau. So. Jetzt müssen wir sagen. In der Still Brew Drink von Plant. Und zwar immer. Auch deswegen brauchen wir den Aluol. Natürlich. Haben wir denn überhaupt irgendjemand, der der das macht? Ich glaube, das machen die Farmer auch, oder? Das gehört bei denen dazu. Plänter. Das war das, was die vollen gemacht haben. Weil der Farmer und Metzger macht der auch Brauerei. Okay. Nee. Tatsächlich macht das keiner. Und ich weiß nicht, ob der Farmer das macht, aber wir machen jetzt noch mal ein extra Brauer. Und zwar haben wir da viele. Brauchen wir da viele erst mal. Brauer. So, guck mal. Er hier hat das Schwedin schon mal gemacht. Meiner. Du lässt das mal. Der Koch könnte das auch. Will ich aber nicht. Dann lieber Steinmetz ist okay. Der hier ist schon Farmer und Gold Schmied. Wir bräuchten echt noch mal ein paar neue Leute. Soll jetzt einfach mal dieser hier machen. Blöd ist auch, dass hier danach nur wieder eine Eins kommt. Da kommt man ein bisschen durcheinander, glaube ich. Wir können aber auch sagen, jeder macht das. Erstmal, bis neue Leute kommen. Vielleicht ist das besser. Jeder, der Zeit hat, soll jetzt hier mal kommen und brauen. Könntet ihr mal das hier wegmachen? Nur so? Dann könnte ich hier wieder was hinbauen. Wobei eine Still passt hier trotzdem hin. Ich will auf jeden Fall vier Stück haben. Dann wieder eins dazwischen und dann kommen hier noch Küchen hin. So. Kommt hier irgendjemand und braut mal aus den Pilzen irgendwas? Im Moment nicht. Hier ist zumindest mal das hier. Aber wie ich glaube, das Problem ist, ähm, Need Empty Foot Storage Item. Das ist genau das Problem, das wir im Moment haben. Das heißt, wir brauchen das hier dringend, damit wir die Barrel machen können. Ähm, damit wir die da hinstellen können, damit die da auch schöne Sachen machen. So, Solon ist ein Dwarven Child. Auch toll. So, wir können also jetzt hier, äh, äh, Kitchen hin machen. Ah, wobei, wir machen hier zwei Farmer und zwei Kitchen hin. Ähm, so, und zwei Farmer. Äh, papp. Ach nee, das ist doof. Warte, 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 äh, falsch, falsch, da kommt ja keiner hin. Äh, Workshop, Farming, Farmer. So will ich das. Und, äh, noch, hups, Workshop, Farming, Kitchen, Kitchen. Ab ins Kitchen mit euch. So. Und das Dockpile, ah, das läuft. Ach, bin ich froh, dass wir das Ding gefunden haben. Weil nächstes Mal können wir dann auf jeden Fall uns hier ans Braun machen und da nochmal gucken, wenn die Barrels fertig sind und dann, machen wir uns hier an den Magmassee und dann wird auch noch schön geschmiedet. Sehr gut. Tja, es sieht gut aus mit unserer Eisfestung. Im Moment. Aber das kann sich wie üblich immer noch schnell ändern. Wir sind auch noch relativ wenig Leute. Mal abwarten, was da noch kommt. Ähm, ich habe mir jetzt kein Ziel gesetzt, wann das zu Ende sein soll hier. Keine Ahnung, wann wir, wann ich sage, wir haben es geschafft. Vielleicht baue ich einfach weiter, wenn die Festung hier cool ist. Warum nicht? Wir werden es sehen. Ich sage mal Leute, macht's gut. Bis dann. Wir machen.